Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei einer neuen Folge Das ist die Kampfansage von Dennis.brammen Für die heutige Folge, vielleicht schaffen wir es wieder gut zu sein Boah, ich sehe zwei Duel-Bretters, ich steh drauf Ich steh drauf Also vier Also vier Einzel-Bretters, ja, das stimmt Also ihr müsst mir sagen, was ich machen muss, ne, ich kann diese Karte gar nicht Hedgehog! Nice! What? Da, hinterm, hinterm Wagen, hinterm, hinten links in der Ecke Jawohl, Digger! Einer noch Au, aua, aua, du hast mich eigentlich, oh ne, aus der Zyre schießen die Nach Wagen, hinterm, 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 von hinterm, wo wir herkommen Rampe, 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 Rampe Zwei, Rampe Der ist angeschossen, 81 hat den nur noch, das hab ich aufgemacht Nice! Nice! Oh, das war so knapp! Holy shit, alter! Oh, da kam es echt auf das 101 an ey! Boah, der war leider ganz knapp! Der ist umgelaufen! Uh! Ja, aber war geil! So, kaufen wir wieder Johnny's Rüstung und Pistolen, Taktik, ok 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 Ich glaub, wir machen das genau falsch rum, ich glaub, wenn man Bombe geplättet hat, sollte man das nicht machen Warum? Ja, weil man dann wahrscheinlich die nächste Runde Full Buyout hat oder so Genau Was machen wir denn jetzt? Ihr müsst, ihr müsst mir sagen, wo ich hinlaufen muss, ich kann diese Karte nicht Ich hab die Karte dreimal gespielt Sepp hat mir mein Gelb geklaut War immer Gelb Ja, das bist du eigentlich Lila Stimmt, Lila war immer hard Loll, hinter uns! Oh, das ist satt denn für nen Camp Platz, den hab ich auch nie gesehen Nice! Oh, ich hab da wenigstens noch Damage gedrückt, ey Brrrr Wow Oh Gott, ich muss nachladen! Da ist noch einer, Peter, ich deck dich 98 hab ich die meiner Maul gemacht Da ist noch einer Loll, wo kommt denn der? Loll, das war scheiße Oh, ich hab noch zwei Schuss Facen 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 mit zwei Schuss Ach scheiße, dann hätt ich mal die Waffe eingesammelt Ja, jetzt holen wir nämlich wieder, Echo Aber das hätten wir ja sonst auch Ich wollt grad sagen, dass das sonst auch Ah, das ist einfach Komm, aber gar nix jetzt Komm, alle Dropper und dann nach rechts Jetzt hast du dann gar nix Ja, nix Dropper Alle Dropper, alles klar Alles klar Alle Dropper Alles klar Alles klar, Fram und ich Alle Dropper Alles klar Ich hab mir einen 4 geholt, der kommt durch die Oh Gott, das ist der Ihr macht dat, ihr macht dat Nice Schön Peter Peter hat's gemacht Oh Gott, hier ist überall Smoke Ja, ich bin da Ketten drauf. Bram Forst. Bram Forst. Double Door, oder? Wir kommen. Oben. Leute, der ist da oben. Von hinten. Von hinten. Nice. Jawoll. Für den smarclicken Bastard anhanden meine Farmas. Jawoll. Weißt du, so ne Rotzrunde kriegen wir ja. Aber... Ja, weil wir B gegangen sind. Genau. Alles klar. Ab nach B. Ich bin nicht B gegangen. Ich bin nicht B gegangen. Ja, Dropper ist B. Ich bin übrigens mit der Bombe dann alleine Dropper gegangen, hab's überlebt. Ja. Du bist nicht alleine in Dropper gegangen. Du bist nicht alleine gegangen. Ich war auch dran. Ich bin auch nicht in Dropper gegangen. Ich bin erst über lang gegangen. Ja. Dann bin ich umgedreht und dann... Wir haben halt vorher gecleart, my friend. Du bist ungedreht, bist du? Ungedreht. Ungedreht? Ja, ich bin ungedreht. Oh Gott. Wer macht mir das jetzt wirklich, das mit der Killer? Ja. Ey, wir sind bei mir stehen, die kleinen Huren. Ich dachte, wir sneaken. Ab nach A. Wir sneaken da unten. Ja, da kommt einer von hinten. Wow. Ab nach A. Ja, der kommt schon. Brem. Ne, der rennt wieder anders rum. Einen Moment. Da steht einer von den Autos, läuft gerade genau. Und jetzt kannst du planten. Ähm. Muss sich beeilen. Bip, 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 bip. Ey, ich sehe die Zahlen nicht. Wo ist der? Ja, komm! Das Prost gilt's ey. Ich hab die Bombe gericht, ja. Sie sind bei den ganz großen abgeschaut. Mit der Smoke. Ja, hab ich auch. Den ganz großen. Ja. Hättest du machen müssen wie ich auf. Auf Inferno, Junge. Sonst hätten die mich nämlich vorher schon weggemacht und wir hätten kein Geld gekriegt. Ja. Hattest du fein gemacht. Hattest du fein gemacht. Danke, danke. War sexy. Absolut. Alles klar, go. Äh, ich hab Echo. Ja, mach das. Ich leg dir. Ja, zack. Lege, lege, lege Henna. Wo gehen wir denn jetzt hin? Bär, sieh ist ja nicht verkehrt. Wir sollten nur nicht zu viel Dropper direkt runter rennen. Alles klar, Dropper drunter. Alles klar, Dropper drunter. Alles klar. Ich guck mit der A über B lang. Alles klar, Dropper direkt runter. Ich geh zu Jay. Nimm die Bombe auch mit, damit ihr Druck kriegt, ja? Haha, verarscht. Nice, Jay. Hannah down. Steps auf B, die verschieben. Ja, aber schlägt eigentlich die ganze Zeit. Jay, die verschieben. Zu uns. Ja, die würden uns von da unten killen können, Alter. Ja, aber da ist sie keiner drin. Guck, 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 guck. Siehst du, Peter? Guck, guck. Das ist so ein Mangel. Gerade will ich, dass du einen Headshot bekommst. Ja, aber von wo aus soll ich ein Krieg? Ich seh ja alles. Ja, stimmt. Dann sieht dich ja keiner. Also, ich seh zumindest. Könntest du zumindest zurückschießen. Okay, komm, wir gehen jetzt runter, Peter. Ab nach A. Sicher? Wir haben auf B schon einen geholt. Okay, A ist da wo, ging nach B. Gut, wir haben auf B noch einen geholt. Schön. Wir haben noch einen auf B geholt. Oh, wir haben noch einen auf B geholt. Oh, ich steh jetzt meinen Acker. Schön. Oh, da war ein Chicken. Da war ein Chicken. Hab den Plant geschittet. Wie ist er denn? Ja, die kommen jetzt bestimmt nicht. Oder der. Ich glaub, da ist ne D bei dem Build. Ich glaub auch. Gott, da kann man nicht fragen. So kann ich nicht zählen, ich muss lachen. Ja, du bist ja auch der Maus-Wackler beim Lachen, ey. Tingnen von Fuel Hooshat. Du droht jetzt mit demsonsten? Gott. Das hat mir feige Funks. Nöö. Wo sterbe ich denn hier nicht? Ich geb's den hier irgendwo. Krass! Ah da ist er noch! Oh, das war knapp. Na, ich muss fast gegen das Ding gemacht. Ich hab jetzt auch ne Awe. Hat er echt angegriffen? Ne. Ne, dann wäre er auch tot. So, wo gehen wir? Geben wir A? Dann wäre er auch tot. Okay. Ja, ich glaub wir gehen mal A. Ja, wir gehen mal A. Ich bleib hinten. Damit ich webe. Du bleibst hinten. Machen die da jetzt gleich raus. Ja, mach ich. Okay. Oh Leute, Peter hat auch eine. Aber da guckt keiner raus. Außerdem lauft ihr gerade vor mein Zielfeld. Kann ich nicht helfen. Bram, der kämpft bestimmt wieder rechts in der Ecke. Rechts in der Ecke kämpft keiner. Ne, da rechts um die Ecke. Einer ist unten auf jeden Fall. Da kam gerade ne Granate her. Da rechts um die Ecke, Bram. Ja, das ist erst da unten rein. Warum machst du den eigentlich nicht weg? Wo bleibt der? Ich hab doch gesagt, der ist da. Hier, warum machst du den denn nicht? Ah, shit. Sepp, wenn du weißt, wo der ist, dann musst du den auch machen. Ich räuchere den aus. Scheiße, der ist da weg. Ja, komm, gib mir direkt nen Heller am Arsch. Ich bin einfach zu kacke mit der AK meistens. Ist einfach zu kacke. Alter, das sind zwei. Oh, Fehler. So, Jay, du machst das jetzt, ja? Okay, da steht Jay aber auch richtig scheiße. Ich frag mich auch, was Jay da macht. Ich hab nach B geschützt, du Witz, Bolt. Ja, das war ganz schön lustig von dir. Ne, von dir. Da rechts oben. Du musst den treffen, das ist der Trick dabei. Halt die Schnauze. Nice. Oma, Salz mit so einem Tisch zwei. Da war er. Oh, Alter. Ich dachte, das wär ein Double. Und wo? Willst du jetzt einfach mal so krassen Ace holen, oder was? Das wär geil. Nee, Ace gibbet nicht. Aber am Vierer wenigstens. Der war unten, oder? Decken sich auf, fuck this shit. Weißt du, der krasse Typ da mit der Awe, ey. Den können wir nicht facen. Nice. Lüsi, komm schon. Ach, sieben, sechs. Schade, Jay. Aber richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt. Komm, der guckt nochmal, bitte, bitte. Schade. Schade. Aber gut gespielt. Die Schuss-Skills hätten wir weiter vorne gebrochen können. Ja, dann lässt halt den Krüppel-Awe-Pela dahin B abdecken. Der nix trifft. Na, echt mal, Peter. Hau rein. Ich glaub keine Awe. Achso. Peter, Peter hatte doch die Awe. Wo geht denn die Bombe hin? Weißt du, weißt du? Der macht Jay drei Kills und ist nach drei Kills immer noch vorletzter im Team, ja. Und sagt, Chris, das ist der Krüppel-Awe-Pela. Das ist schon Jay. Ich hab doch gar nicht Chris gesagt. Hä, ich hab doch nicht Chris gemeint. Ich meinte, Peter. Der hat doch die Awe. Ich hatte die Awe, ja. Er hatte die Awe, ja. Loi. Von wo? Oh, die Bombe liegt oben beim Dropper. Aber oben. Oh. Ich hol sie. Ähm. Spring. What the fuck? Sorry. Springen nach Fensters sitzt einer. Von hinten. Ich hab's gesehen. Wie die Bombe da auch wieder gewollt ist. Ich hab's gesehen, wie die Bombe da auch wieder gewollt ist. Ist klar, wenn wir einen One direkt gesetzt haben. Den hast du gesehen, oder? Den hast du gesehen, oder? Hat er bei mir auch gemacht, Peter. What? One? Wenn wir den PC kaufen, wir können den auch bei One kaufen, oder? Ja. Scheiße, das hat wirklich keiner gesehen. Das war ein No-Score. Das sind alle bei B-Gloch. Das kann man aber auch sein lassen. Zwei Leute sind auf jeden Fall am Dropper. What the fuck? Was war das denn hier? Wo liegt der Klasse? Klatsch mal Applaus, ne? In Richtung A. Ich geh vor. Das war's du? Nee, ne? Da hat einer auf mich geschossen. Tot der Eis. Christian ist vor ihm. Das war's du, oder? Der war hinter mir. Ja. Die kommen Mitte. Die kommen Double Door. Double Door. Der ruckelt voll. Alter, der ruckelt voll. Der ruckelt voll. Helf ihm, Sepp. Geh drauf. Der ist rechts rumgelaufen. Lauf links durch. Go. Warte, 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 warte. Da ist noch einer. Links. Ja, da ist die 30 Sekunden. Links in der Tür. Nice, Chris. Nice, du machst das. Zwei Leute noch. Einer rechts oben. Der andere irgendwo. Ja, ich weiß. Okay, ruhig. Lass mich in Ruhe. Also der da unten soll mich in Ruhe lassen. Ich dachte, Brando. Oh Gott. Oh shit. Schade. 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 Hi, mate. Was heißt denn Nice Try? So ein Bullshit. Oh, wir spielen gegen vier Gegner. Geil. War doch ein Try oder nicht? Ja, aber schön war dann eigentlich nicht viel. Lässt sich der die AWP in der Hand hält und in der anderen Hand dann in Schärfung dreht? Jay, hast du gerade gesagt, ne Lesbe kann mehr? Wat? Ja, genau. Ich hab fast schon ne Leg. Ich hab fast schon ne Lesbe kann mehr. Genau das hab ich gesagt. Ich hab fast schon ne Lesbe kann mehr. Ach guck mal, wir haben jetzt nen Bot. Wait, what? Wird jetzt B rush. Also gegen einen Bot. Gegen einen Bot. Oder A. Gegen A oder B. B. B pushen wir ab. Zack. Ab Dropper, Peter. Das hat funktioniert. Seitdem wir das nicht mehr gemacht haben, haben wir alles verloren. Du hast absolut recht. Weißt du, zweimal Dropper, zweimal gewinnt. Genau. Zweimal gewinnt. Oder auch gar keine Smoke. Nix runterschmeißen. Einfach runterjumpen und alles wegficken, ja? Ja, ist okay. Wieso werd ich eigentlich immer gekillt? Das ist doch Bullshit. Ja, ich find ich auch. Schön. Toad. So. Moment. Ich muss kurz nachladen. Scheiße. Wo war der Door? Der kommt jetzt um die Ecke. Oh, shit. Ihr hat ne Flash geschmissen. Ihr sollte nicht beide Double Doors gucken, oder? Das ist irgendwie schwachsinnig. Peter hat das Maul. Der kommt außen Ach, Kacke Was? Das ist Dropper Keine Ahnung, was das ist Aber Dropper Dropper Der andere hat Doppel-Doors geflasht Doppel-Doors Doppel-Doors hinterm Stein Hinter dem Stein, ja genau Was? Eine Aabe Den hab ich nicht mal gesehen Das ist ihm egal Nice Holt die Aabe Holt die Aabe Holt die Aabe Holt die Aabe Wtf Ich glaub der holt sich nicht die Aabe Ich hab Angst Ich wusste nicht, ob die explodiert Ich hab Echo Ich hab 3,8 Hier Chris 3,8 kannst du kaufen Chris hat gekauft Chris AK Ich bin der SG lieber Achso Wir fliegen nur Waffen durch mein Bild Wee Wer fehlt das so muss sein Wee Holla Ich bin gegen die Lanter gelaufen Wir schießen wie bei GTA Und Dropper gewinnt Alles klar, Dropper gewinnt Smoke hier bei dem komischen Ding Aber wartet mit Dropper Wartet bitte mit Dropper kurz Die sind ja selber gefickt Die sind ja selber gefickt Die kommt von hinten Doch, die kommt von hinten Wartet, wartet, wartet Ey Moment, ich hab eine volle gute Idee Ich hab noch 9,5 Jetzt dürft ihr Dropper What the fu- Nice Warum hast du gelacht? Der hat halt eine Granate da hochgeschmissen Und mich gekillt Das sah so aus, als hätte deine Granate so angeschossen Dass die hier auch fliegt Springbrunn Der steht rechts in der Ecke, Peter Alter, das ist ein Witz Hab dich gemacht Das ist ein absoluter Witz Du musst rechts irgendwas machen, Peter Ach, Teiche Ach, Teiche Ja, da runter, go Einer kommt von Ey, willst du mich jetzt zu 10 Türen? Peter, wie lange hast du da jetzt gestanden? 20 Sekunden 25 Oh Leute, die sind alle gestorben Ja, was war denn die Ansage? Die Ansage war ein bisschen Ich habe gesagt, Dropper go Ein paar Mal Ja, keine Ahnung, das haben wir doch schon klar gemacht Er hat doch gesagt, Dropper go Dropper go Alles klar Dropper go Da kommt ja genau wie er ruhig auf F7 drück ist Dropper go Was ist denn F7? Alter Alles muten Es stimmt, bei mir auch Ich habe Echo Ich auch, ey Ach du auch, Mensch Ach, alle Dropper Zeit für? Mann, wir werden uns schon wieder verlieren, ey Wir springen ins Loch Wir haben gerade gewonnen Aber wenn wir besser schießen, gewinnen wir Ach so, ja dann Wir haben gerade gewonnen, what the fuck Was hast du denn schon gemacht? Schnell, du gehst vor, ne? Klar, Mann Nice Au Die kommen außen Die sind zwei Stückchen hochgesprungen Über Balkon A gehen, A gehen, A gehen, A gehen, A A, 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 A Go, 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 go Bin da Keiner sitzt Ramp Keiner sitzt rechts Plante Einer sitzt hinten Balc in die Gang Balc in die Gang sitzt einer Keine Ahnung, wie man das nennt Ich nehme das Balc in die Gang Ich, äh, Plante Ich versteck mich Einer ist unten Einer drüben Nice, Chris Schön Türen ist einer noch Alles gut Einer ist dort Ach, gibt der mir direkt nen Header Der scheiß Surix, ey Zwei Leute ganz links Zwei Leute Zwei Leute Sind die letzten drei Einer war tot oder noch? Einer unten dann und einer ganz links Naja, der war tot Ok Nice, Jay Nice Der Steps bei mir Nice, Peter Und danke für den Headshot, Jay So, hab ich den Headshot Oh, ups Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, das war knapp, Peter Mit der AK hast du den Headshot gekriegt und bist nicht gestorben Oh yeah Hat man die Verlangerten schon oder so? Das war jetzt nicht absichtlich Weiß ich nicht Ne, das stimmt Ich bin für Dropper Die B-Banks laufen bei uns Über Dropper auf A ist immer B Weißt du, gerade A gemacht, die B-Runs laufen bei uns Wir sind aber über B gelaufen Wir sind über Dropper gelaufen Ich denke nach hinten ab einfach Das ist B Nein, B ist da noch nicht Du stehst zwischen A und B in der Doppeltür Jaaa Ich finde das ist eher B Aua Da steht gar keiner, Peter Oh, oh, Flash Aua, Christian Bram Ich bin bei dir, Bram Auch gut Ist mir egal Da steht gar keiner Da stand einer Einer kommt von hinten Fuck Ich glaube die haben Echo Der ist tot hinten Denken wir gerne noch meine eigenen Nüsschen Zwei kommen Über B lang Was? Tot Einer noch B go Hinten links ist der Hinten links Hinten links Violett Ich glaube da ist einer rumgesprungen oder nicht? Da ist er Splette schnell Das ist Splette Ich brauch Geld Ich hab die Bombe Erde Für mich zum Schotter Oh 300 Toll reicht nicht Ich hab Echo Na Bram Für mich zum Schotter Guck mal JK 10.000 alter Oh, voll nice Nice A A? Ja komm wir gehen mal A zu Nein Sonst wird's ja Öle Jetzt muss Rassiamedia einfach richtig hart Aber trocken Mit einem Messer Mit einem stumpfen Messer Peter Peter hast du Aggressionen gegen Kina Da kommt einer Schön Alles klar Ich hab den getötet Einer ist in den Treppen Lol, einer war im Treppenraum Good go Zwei A sind down Peter pass auf Dahinten im nächsten Aber zwei sind doch bei A down Also Ja wir rennen gerade auch Wo ist die Problematik? Nirgendwo Ich wollt nur sagen Zwei sind bei A down Smoke double door Da ist einer Balkon Ist down Nice Da wo ich gecampt hab In dem Kleinen Raum Vor dem Balkon Nämlich Ja, weiß nicht Schuppen Ja? Ja, da wo Chris ist Der hat seine Link Nice Lass das mal Schuppen nennen Oder Kabuff Oder was auch Kabuff Ja, Kabuff Kenny CSGO Best Gott Möchte weg Der hat keine Lust mehr Er darf nicht mehr Schade Der hat 5-9 Und die werfen den schon raus Was ist das denn für ein Team? Ja, wahrscheinlich flamed er die Dass die alle Noobs sind Und nichts können Und Oh, Peter Du musst die ein bisschen anstrengen Ja, bis du nicht auch rausgeworfen wirst Ja, Peter Echt mal mit deinen wenigen Punkten Dann sagt er nix mehr Ich hab die Bombe schlecht Das kommt da keiner vor, finde ich Irgendwie unverschämt Hier, Gelb Oh, oh Ich hab Ich Nice, Peter Ich hab dich angeschossen Ne, doch nicht War knapp Ok, wir haben einen Down bei A Ok, lass nach B gehen Die verschieben Ja, lass nach B gehen Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, finde ich Ah ja, genau Direkt Dropper runter und weiter Da steht einer Der hat noch 66 HP Jetzt nicht mehr Schön, tot Nice Nice Jay Ja, das macht sich Der kann nicht reden Ne, die verschieben nicht Dir der Glocke Geht auch Blofa Ich geh doch nicht Blofa mit der Afa alleine Ne, changes Le верс Hinten ist einer in dem Häuschen drin Oh Gott, das war ein Flasch, 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 Flasch Pick ihn Peter, Peter, Peter peptack Das war...geil Klatsch doch ne Eier gegen seinen Arschloch Ey, geh mal weg da Tod Der ist tot, Peter Könnte planten, wa? Ich kann mich nicht bewegen, finde ich Peter ist verwirrt So, nice Christian macht's ja alle, ey, in der Runde Ja, der Typ, der von hinten kam Bei uns hat auf mich geschossen Hat mich nie getroffen Na, kann man machen, ne? Ja, lucky, geil Ich hab krass Geld Wo hol ich mir denn? Boah, ich weiß auch nicht Autosniper Oh, scheiße, ich 10.000 hab ich auch Und das ist die vorletzte Runde Oh, scheiße, wir haben voll viel Geld Oh, scheiße, lass in der letzten Runde alle AWP kaufen Oh, scheiße, ich bin mir gegenüber rausgekommen Peter, ey, geht gar nicht Warte, ich möchte irgendjemand den Chat schäfen Das ist Johnny auch Die pushen Weg Das ist ganz schön gefährlich in die Richtung Alter, wer... Alles cool, lauf ich nach rechts Aber da war noch einer Lol, ich hab den gemacht Lol, ich hab den Double Key gemacht Nice Alles klar, hier liegen 3 Stück Ich würd sagen Arschball Ich komm Gib mal Gas Ich komm Ich mein, ich hätte Sepp's gerade gehört Aber... Nein, der ist am Tor Boah, nice Ja, gerade Der ist halt... Wo ist denn der Hänge? Der ist cool Der ist unten am Ator Ach shit Toll gemacht, sehr toll Ganz rock Kaufe ich mir jetzt eine AWP oder was Kaufe ich mir... Kaufe dir eine AWP Nein, kauf dir eine Negev Kaufe dir eine Negev Das ist die letzte Runde? Hast du gerade das Elmwood gesagt? Ja, Negev Komm, einmal spiel mal mit deiner AWP Geh rechts Du, aber du hast geholt Ja Alter, du... Mach's halt so krass Ich hab das gleich wie Jay LOL Ich bin down Was? Das ist ja wohl ein Scherz LOL War der nicht drauf Jeder räumt auf Ja fuck, der ist noch eine AWE Snuch gegen 3 Oh nein Das war ja easy Wie dem ausgeglichen ist Ah, ist Jay Noch mal Echt mal Jay Gib it Wow Jay Wow Jay Noch einer Das ist Jay Das ist Jay Das ist Jay Der hat noch keinen Stern als einziger War ja nicht Oh Jay Ich bin halt so... Ich bin halt so ein Bumms Hotel Was? Du willst ein Bumms Hotel Der hat keine Sterbe... Der hat keine Sterbe... Sterbehilfe hat Ja das stimmt Unser Bumms Hotel hat keine Sterbehilfe Wie geh ich denn? Ah ja ich... 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 Kein Problem Hast du jetzt Krankheiten geholt Im Bumms Hotel der Sterbehilfe Ja... Wer kommt da mit mir? A? Ich? Ja... Logischerweise Kämpe ich jetzt auch hier hin Musst du gar nicht Oh ja... Oh da kam ne HE runter Dropper Boah ich... Ich komm nicht hin hinten A... B... Sorry B Oh die Rushen Oh die Rushen Bombe ist B... Die Rushen Oh die waren on spot B schon? Jaaa... Oh Leute Habe ich dich getötet gerade? Wenn... Wenn wir auf B stehen Wo sollen die denn da hergucken? Hab ich Christian auch getötet? Ja aber... Gerade hat mich einer auf... Sepp links! Alles klar Ich wollte das nur mal kurz erwähnen Geil die Banane Ach fuck Wie lange der braucht um die Waffe rauszuholen? Warum hast du die überhaupt gewechselt? Nur weil die cooler ist Lol Eine andere Banane Hat der sich mal eben weggemacht Die Banane ist besser Bram Ich hab voll Bock auf Schoschleck Ich hätte Bock auf Kibbeling Boah Kibbeling Boah Kibbeling... Vor allem bei... Bram... Hast du den Kibbeling ja seitdem? Ne... Ich auch noch nicht Ey Jungs du bist ein bisschen schnellerer in der B Kibbeling Wie schneller kann der nicht? Ey aber wieso bin ich denn... Lol Jetzt machen sie... Jetzt machen sie sich alle weg Nice Aber B rushen ist halt öde Die Waffe will ich haben Alter Du willst nicht dass ich da reinlaufe Dropper 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 Lol die machen sich alle weg Dropper hat mich gemacht Da ist noch... Da sind zwei Da sind noch zwei um die Ecke B lang Ja die sind B lang Alles klar Alter Bram Alter Bram Alter Bram Moment Die Bombe steht da noch Ach komm ich habe ihn ge-hitte Der hat 63 Hit Beide hinten durch Alter Ich sehe gerade was der hat Moment ich muss mal ganz klar Oh Bram Davon da liegt noch ein Toter Der hat doch bestimmt auch eine Waffe dabei oder? Ne Ne der hat nix Alles klar Ich geh Dropper Alter die Runde hätten wir so easy holt Oh Gott Scheiiiiß Schade Bram Tja Jetzt liegen wir hinten Hab ich ein bisschen schlecht gezielt Aber wir waren auch scheiße Alles scheiße Ey lass die mal rushen ohne Spaß Okay Ich bin für Dropper Lass die mal rushen Ja wir haben doch nur Pistol Boah Bram ey Okay wir rushen die Was erzählen Wir rushen die A Über Double Door unten Wir brauchen die nicht rushen Die rushen B Ja und da kommen wir von hinten Peter lass mal von hinten Peter Alles klar Lass die alle von hinten Du kommst los nicht Könnt ihr dich wieder wieder anerkennen Boah der war geblubbert Die kommen mit zu Double Doors Das sind zwei noch Der ist tot Zwei um Ecke Die Bombe unter anderem Die ist gerade wieder weggerannt Nach hinten Nur noch einer Oh da sind doch noch zwei Bombe geht bis zum Dropper Ich verstehe nicht mehr Moment mal Ich glaube Bombe ist Dropper Guck mal Dropper Guck mal Dropper Äh Titanic Ist irgendwie Bombe down Leck Hammer nice Die alle den Bram machen Die hat sich geil Waffe Wer kannste den Bram machen Ich hab einen gemacht Was hat das denn Ist nie ganz vorbei geflogen Wer will AK Und gib mir M4 Oh das war ja göttlich Ne danke Was keiner will AK Seid ihr für welche Boah bestimmt Ich würde die gegen Kibbeling tauschen Sepp Okay gegen Kibbeling Boah ich glaube ich würde mir gleich Kibbeling holen Ich muss doch gucken wo die hier geht Kommst du eh nicht dran Branden Wahrscheinlich nicht Vielleicht ein Nordsee oder so Aber da schmeckt das auch scheiße Komm wieder B Einer kam vorhin unten Double Door Sehr gute Smoke J Einer wollte Dropper kommen Nice 1 HP Hammer Nice Mach die Bombe weg Bram Hop da Der macht weg Messern Den Messer ich Ne Dann versau ich dir Ne Dann versau ich dir Nice Der hat ihn gemessert Nice Mit Ansage Scheiße Und ich hab doch 100 HP Obwohl der Ich vor seiner Nase kam Also richtig Leute vor seiner Nase kam es auch Du bist vor seiner Nase gekommen Boah du wirklich Scheiße Was ist das denn hier Was ist das denn hier Was ist das denn hier Das kann doch nicht wahr sein Oh mein Gott die Profis am Start Junge Das erinnert mich so an Police Academy Ey Wenn die mit den Autos losfahren Oh shit ey Ich komm diesmal A Äh hier bei B tut sie nichts Ne Doch A Steps B auf jeden Fall was Dropper einer down Die Bombe ist bei dir Bombe ist bei mir Okay Nice rüber Ich geh rüber Oh das ist da noch einer Auf dieses Fenster kann euch einer sehen Pushen ey Zack Wo ist die Bombe Da ist die Bombe Hier in der Ecke Ja schmeiß erstmal ne Flash Ja super Danke Gerne Serious Gameplay hier Wo sind die anderen beiden Ich will auch einen machen Schmeiß jetzt aber mal ne Granate rein Der war noch bei B lang Der müsste zurückgegangen sein Und über Dropper kommen Oder sowas Echt Ja wenn der über Dropper kommt Haben wir verloren Warum Ja weil das Dropper kommt Ja weil das Dropper kommt Ja Sepp Okay ich geh auf Dropper Dann gewinnen wir wieder Mich hat was geflasht Peter Ich bin Dropper Hast du das Was Du hast mich gemessert Du Arsch Der ist überhaupt nicht Der ist doch so gewesen 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 Der ist doch nie Der ist doch sogar gesagt Der ist doch sogar gesagt Der Dropper einer down ist Scheein Wo komm der hat einen offenen Mund Jetzt nimm mal eine Eier Im Mund Weißt du wenn der PGA einfach Weißt du Ich hab doch gesagt Dass der Dropper war Ne Das hab ich aber anders gesagt meine Freunde. Ich hab sogar noch gesagt, pass auf, wenn ihr am Fenster vorbeigeht, der kann ich das nicht sehen. Nee, das habe ich anders gesagt, meine Freunde. Das will ich aber auch mal eine M4, ohne Scheiß. Ich will mal eine coole Waffe haben. Ohne Scheiß. Peter bist zu langsam. Hey, ich wurde selber geblockt von irgendwelchen Fetzen. Hey, ich wurde selber geblockt von irgendwelchen Miesen-Potzen. Alle? Drei zumindest. Alter. Alter, du machst das hier. Du! Ja, Peter, in dem Raum ist einer drin, wa? Hier keinen. Ah doch, klar. Oh lol, ja ist klar. Sehr weit vor und nach B. Oh, da ist noch einer. Komm mal einen Schritt zurück. Nice, nice, nice. Jo, Jungs, fuck it up. Einfach gepusht. Ich hab kein Wegzoll bezahlt. Wie bei Macron History X, Alter. Bam, Junge. Nice. Oh, ho, 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 ho. Nur ohne einen rassistischen Hintergrund. Ich fand das aber nur eklig, weil man genau den Sound gehört hat, weißt du, wo die Zähne an dem Bordstand knischt hat. Ja, richtig. Das war richtig eklig. Das war das Eklige dabei. Let's get it done. Da, 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 da. Christian rasiert die gerade echt den Alleingang. Ja. 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 Dropper. Weißt du, wie man die wirft? Dropper zwei. Drei. Drei Dropper. Ich hab zwei gekehlt. Einen noch 23. Guck mal wie die liegt. Bomme liegt da. Nice. Alter, die ist richtig gut. Du musst ja einfach nur da oben über die Mauer werfen. Ja, bei einer Dropper. Die sind schon runter Dropper, ne? Die sind schon runter Dropper. Der hat die Bombe hier. Nicht. Der Rook was da drin. Der hat noch vier AP. 19. Drei. Elf. So. Wat? Elf. Wieviel? Ah blomme. Gut. Nur jetzt. War das ein Ace? Sepp leg mir mal bitte ne AUG. Ich hab zwei Leute gekillt. War das ein Ace? Ich hab auch einen gekillt, ja. War das ein Ace? Ne AUG? Sepp leg mir mal was. Hier M4 oder AUG? Ne AUG. Ne AUG. Wuuuuh. Wau mal hier. Da haben die ABP noch. Geil. Hey. Ich hab meine M4. Nice. Boah das war ja hier grade Wachenmoulette. Das war der Shit. Wie das auch sah. Hey. 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 Da kommt ne HAE Dropper down geflogen. Ja eh schon. Throwing Grenade. Fire in the hall. Oh da hab ich den Headshot gegeben. Boah da kommt ja zuviel Dropper down geflogen. Da ist eine Bombe. Kommt zur Bombe. Flashbang. Grenade out. Oh Gott. Deploying Flashbang. Peter ich guck mal im Fenster. Da oben im Dropper steht einer. Mit ner Schrofflinze. Und guckt mich jetzt an. Der steht auf mir drauf. Ist er an dir vorbeigelaufen? Der steht auf dir drauf. Müssen die Bombe jetzt hin. Die Bombe liegt hier bei mir. Der steht davor Sepp. Alter der hat hier grad die Bombe gedroppt. Wie kann die bis hierhin geflogen sein? Die liegt links um die Ecke. Ist gerade bei euch einer Jobber gewesen? Nein das kann nicht sein. Okay. Ja einer von uns ist da gewesen. Auf den du geschossen hast. Gut die euch daneben geschossen haben. Wo ist der hin? Ja komm. Fick dich. Wo soll denn die Bombe sein eigentlich? Bei mir. Die ist geflogen. Wo kam der denn her? Haben wir nicht gesehen. Der Jey hat einen Teamkameraden angegriffen. Gleich werde ich wieder gekickt. Gebannt. Ey hier ich leg mal. Ne jetzt nicht. Danke war ja nicht. Ihr seid so Penner. Ist halt grad nicht lustig gewesen. Der Skin ist einfach nicht hübsch. Ich hab 16k du Spacko. Ja aber war trotzdem nicht lustig. Wow. 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 Das war ein humorloses Stückbiss. Das ist in die Wege gelegt worden. Oh no 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 no. Da kommt einer auf A. Echt? Ja wie viel kommt denn da so auf A? Alter. Alter. Vorne an rechts in der Ecke steht einer. Einer. Jawoll. Das war jetzt mies. Na nimmst du hier meine Arbe. Ja aber links kommt er auch. Ohne Bombe. Ohne Bombe. Ohne Bombe. Ohne Bombe. Ohne Bombe. Ohne Bombe. So die sind alle hier. Jeder du hast 4 Ziele und triffst keinen. Ne ich hab Leute getroffen. Ja aber alle nicht. Da oben sitzt keiner Jey. Da kann man nicht hin. Was? Wie da oben? Da kann man hin ja. Ist doch nicht Safety Bobverein. Echt ma. Du brauchst Geld. Schieß Löcher in den Smoke. Da kannst du ja durchgucken. Das stimmt, wenn der zweimal schnell hintereinander schießt. Ey die wissen wo du bist? Nee. Da glaub ich nicht. Ich glaub neben dir ist einer Jey. Ich glaub neben dir steht einer. Ich glaub der messert dich gleich. Ja. Ne bye bye. Null Sekunden. Nice. Wenn dir jetzt einen gekilltet hätte es wär noch Q gewesen ja. So war scheiße. Da ist der. Aber gleich kommt einer rein. Null. Du hast doch gesehen. Ja links. Null. 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 Oh voll kacke. Was willst du eigentlich, ey? Das war voll kacke. Hast du das gesehen, der ist an dir vorbeigelaufen. Einfach nicht gut, Johnny. Der kann auch so viel laufen, wie er will. Caddy ist im Moll-Wurf, ey. Dagger, Dagger, Dagger. Oh shit. Ich hab jetzt alles gekauft. Ich hab hier noch mal kleines Problem. Keine Rüstung. Habe ich die voll aufgehalten jetzt mit meiner Inze? Oh, oh, Dropper ist einer. Fuck. Oh, da ist ein Awe. Den hab ich 79 gegeben. Was ist das für eine kack Waffe? Komm da jemand. Wer macht die weg? Nee, ich kämpfe doch nicht auf Distanz gegen eine Awe. Okay, lass hinten rennen. Ja, dann lasst du rauskommen, da ist keiner mehr von uns. Der muss mich kurz am rückkratzen. Ihr müsst auf A achten. Onf die Tore. Wir sind auf A. explosiv. Töre. Da töre. Achso und einer ein Dropper kommen könnte. Wurde da ja auch nicht angesagt. Wurde das schon angesagt? Nee. Doch, komm ich hol jetzt den hin. Ich geh mit, Brom. Was machst du das? Ich schiez einfach. Weil ich es kann. Einschüchterungstaktik. Echt mal. Mach mal lang. Da muss ich auch klug für sein. So. Guck mal, jetzt gehe ich Dropper und dann habe ich gewonnen, oder? Bei mir ist einer noch. Dropper? Ich bin gerade durch den Dropper gekommen. Die stehen alle am Spawn. Die stehen alle am Spawn. Die stehen alle am Spawn. Springbrunnen stehen die. Machst die mit 3 mal einfach weg. Können die halt nix. Alles droppende Lutscher. Zack, das war ein Huhn. Dann kannst du nicht mal ein Huhn treffen. Das hat 3 Leute durchgemacht. Jawoll. Nein, oh die Awe ist da noch. Die ist A außen. A außen. Moment, ich brauche mal ganz kurz. Der hat mich gekillt. Der steht A außen. Hey. Mit Ankündigung. Klappen ist okay. Saaten. Nice. Kannst du mal was legen? Klar. Was möchtest du denn? Ich hätte gerne A auge. Hier. Ich bin jetzt so geschissen. Hey Braun, kannst du mir mal eine Waffe geben? Was? So bitte. Was? Du klemmert aus. Oh scheiße. Wenn wir die Runde verlieren, ist das übrigens ganz schlecht. Okay, kommt mir hier auch noch einer. Oh Gott, Dropper. Rush. 44. Zwei sind da. Oh. 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 Da sagt er nur, oh. Oh. Dropper raus. Oh. Dropper hat mich gekillt. Der kommt, geht B. Ja, aber Gott sei Dank geht der nicht A. Ich würde unsere ganzen Waffen holen. Ich habe mal nicht anvisiert. Nice Jay, wie der geflogen ist, sah schon gut aus. DSB-Spot. Touchdown. Ja. War eigentlich noch einen halben Meter schneller, dann kriegst du den während der plantet. Oh. Oder auch nicht. Nooo. Ich habe Echo. Alter. Ich auch. Ich auch. Ich habe die letzten Runden vier AWP. Ja, kann man machen. Wow. Wir rushen jetzt einfach. Komm hier. Weißt du was? Ja, MP. Hier, zack. Ja, die kommen P90. Alles klar. Soll ich eine P90? Kann ich legen. Killer, eine P90? Wollern gehen wir denn? Wollern gehen wir? Wollern gehen wir? Durch die Mitte. Wie Dropper, da können wir doch gar nicht hoch. Achso. Klar kann man auch. Achso. Warte, da ist ein Leiter. Ich glaube die kommen auch B. Da ist einer in der Mitte. Da war einer in der Mitte. Ja, die kommen B. Hilfe! 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 Hilfe, Hilfe. Na warte auch hier. Sollen wir ein bisschen Dropper runter haben, wenn wir eine Schnitte haben? Ja. Ich bin Dropper unten. Alles klar. Oh, da ist eine Awe. Läuft. Kiste oben. Bei Titanic. Durch. Out! Wo kommst du denn her? Wir wollen auch B, Peter. Da ist eine Awe. Pass auf. Aber die Awe ist fast down. Die gucken gerade nach unten. Jetzt guckt die nach oben. Awe ist down. Die ist down. Auf jeden Fall. Im Hühnerhaus. Ritten am Holzteil. Im Hühnerhaus ist nur einer. Nice. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber das ist ein Bot. Also mach mal. Das ist der. Toll. Mit Diffuse. Diffuse. Der hat Jay aufstieg. Der hat Jay aufstieg? Ne. Level 25. Ja. Schön. Guck mal. Sogar an die. Wirklich. Uiuiuiui. Schöne Runde. Boah. Alles so Lutscher. Die Nachtschwänze. Was ist denn da los? Das ist das Menü. Guck mal. Jay hat keinen Stern. Und Sepp hat 6. Ja. Kann man mal machen, ne? Leute. Und trotzdem. Und trotzdem hat Jay den höheren Rang. Weil Sepp lutscht. Nachts. Ja. Ja. Und zwar nur ungelegte Eier. Ungelegte alle ab. Nachts. Hammer nice. Und mit diesen grandiosen Worten verabschieden wir uns. Im Hühnerarsch. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Nachts. Nachts mit der Zunge drin. Genau. Mit seiner Kuhzunge geht der in den Hühnerarsch rein und leckt das ungelegte Arsch. Das macht Sepp. Nachts. Das mach ich jetzt auch. Wenn euch die Folge gefallen habt, dann müsst ihr auf Sepps Facebook-Seite gehen und die zuspammen. Mit irgendeinem Bullshit. Stimmt. Zum Beispiel geiler Hühnerei lecker intern. Genau. Genau. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.